Ich habe generell gerade Angst, weil ich nicht mal eine Waffe habe. Ja, ich habe eine Waffe! Ich bin aber wieder zurück, ne? Ich habe eine Pummshot, gar nicht. Ich möchte eigentlich ja sowieso hier hin. Gucken. Ich frage mich jetzt, ob wir vier sind, sind es immer noch zwei Trader? Ich kann euch sagen, wo Waffen liegen. Nein, nein, du hättest die Schnauze. Aber ich bin nicht mal tot. Ja, du darfst nur reden, aber na, André. Bist du Traitor? Ähm, keine Ahnung. Du alle Mistgucker. Warte, das war die fette Sniper? Das war die fette Sniper. Ich glaube, das war ja, ich will nichts böses werden tot. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich... Das ist scheiße mit, der hat mir nur zwei Schuss. Ja, aber dafür killt die auch. Ey, das ist das Problem, es gab eine 50-50-Schance. Ey, so wie im GTA, einer auf dem Dach, einer hinterm Auto. Ja. Aber die Map gefällt mir jetzt nicht. Ich glaube, ich tu die raus aus dem Sortiment. Hey, ist doch voll geil. Ja, aber ich weiß nicht, ich bin die eigentlich auch ganz okay, Moj, würde ich sagen. Weißt du, das ist halt so eine einfache Map. Nichts anderes hier, aber auch nichts hier nötiges. Wo ist denn, ich brauche ne... Diegel. Hier auch ne Diegel. Na, pfff! Innozent. Was für ein... Was für ein Cent? Zehn Stück, zehn Cent. Ja, okay, ich glaube, dass du innozent bist. Na, Lennart. Na, ne, das war wieder. Ach, ne. Seid ihr auch gut drauf? Ach, du schon wieder, Alter, ohne Spaß. Das ist Schicksal, ne? Das wir uns hier mal treffen. Au! Wer schießt, wer schießt? Na, ich hab geschossen. Ach, f***. Wollt, warte ich wechseln, dann warte ich nicht schon direkt und dann. Was war dir denn? Ich hab mir auf den Zungen gebissen. Okay. Okay, ich würde sagen, ich würde gerne einen G-Affekt finden. Andere Frage. Wer lebt? Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Aber, äh, insofern ist Lennart, ich hab dir fast, ich vertraue dir. Und ich war auch nicht voll gesperrt, aber das R-T-Allo, ich bin direkt neben dir. Ja, die R-T-Allo, ich bin direkt neben dir. Ja, die R-T-Allo, ich bin gut gesperrt. Die R-T-Allo, die R-T-Allo, die R-T-Allo, das hat auch gebraucht. Das heißt, er kann uns beide nicht bürgen. Hat die nur zwei Schüsse? Ja. Ha, 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 ha. Ich komme mir da gerade aus der Vogelperspektive an, das ist sehr witzig. Das stimmt. Andre, lebst du noch? Danke. Toll ey. Oh, nein. Oh, nein. Jungs Jungs, hm? Mach mal für dich. Hetz mich nicht. Der war gut, der war gut. Ich weiß, er hat da unten wahrscheinlich Z4 platziert oder so. Sehr cool. Fick dich. Lennart kann mit allem snappern, auch mit ner Pistole. Sicher? Ja. Auch mit ner Shotgun. Ja. Flügt der Zielfernrohr rein und dann geht's ab. Ah, ich hasse diese Lattern. Ach, Mensch. Mann, ist das denn die Länge zu tun? Ja, scheiße, grad am Nachladen. Fuck. Ich war am überlegen, ob ich mit Lennart so mache. Ich kaufe die Sachen, damit er mich wiederbeleben kann. Und, dass ich mich selbst in die Luft jage. Ich habe mir überlegen, aber ich habe mir gedacht, hm, wie sei ich das denn jetzt am besten? In den Chat. Ich muss mal gucken, wie öffne ich den Chat eigentlich, den Trader-Chat. Du bist automatisch im Chat. Im den jeweiligen Chat, wenn du zugeliegt wurdest. Bist du, dann bist du unter Dead. Dann kann ich nur die Toten nicht wissen. Ach, Say Team. Ja, stimmt. Okay. Q. U. 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 Nein, Q. P. P wie Pascal. Evi Pimmelpirat. Ich wollte die Waffe. Na, das bereuen, Leute, das ist ein Rohr, das sei Rohr. Komplikation Euro um ich weiß wer ist Hallo? 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 Grüße. Das sagt man jetzt aber nicht so, ne? Geht auch freundlicher. Hey, hier ist jemand tot, hier ist ne Leiche. Ja, es ist Christian. Ricardo war's. Bitte was? Ja, ey, warum ist Dennis? Oberloch. Dennis, Dennis! 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 Warum schießt du auf mich? Ich hab nix gemacht, ja? Nee! Warum ist es jetzt hier so dunkel? Ich hab Angst im Dunkeln. Ihr müsst nur auf der Decke gucken. Oh, krass, du scheiße. Hä? Was steht, Nick? Was ist das? Nee! Ach! Ich dachte, ich wär das gerade, dass das nur meine Sicht ist. Dennis, schimpft ihr irgendwo auf dem Dach? Ja, ach nee. Hast du dein Dings an? Nee, hätt ich aber mal machen sollen. Geht leider nicht. Los geht's! Vielen Dank. Wer auch immer da zippt André Nee, ach man Alter, man ändert sich das wieder Man sieht ja echt nichts hier Alter, aber zu fast was ist für die Musik Aha Aha Freundchen 45 Sekunden habe ich sowieso gemacht Oh, nee oder? Ey, ey, ey Oh, nee, ey Oh, nee Benert, was hast du für Name? Ja, ne, finde ich gut Ey, das ist jahrelanges Üben durch Planet 2 Das ist aber eine ganz andere Engine, also das kannst du eigentlich gar nicht vergleichen Naja, auf jeden Fall schon ziemlich, da ist mehr Verzögerung drin, aber deswegen habe ich das Direkttreffen schon ziemlich perfektioniert Und das war ein Headshot, ne? Weiß ich nicht Auf jeden Fall war sie sofort weg Ich weiß nur, dass die scheiß AUG überhaupt kein Damage gemacht hat Äh, nein Ja, die AUG haut sowieso kaum Damage Genauso wie die Huge Das ist genauso eine Kackwaffe Ja, die Fabrik hält total Aber ich habe einen Plan Wie viel Damage macht die USP Oh, keine Ahnung Warte mal Nicht viel, aber die Franz sucht auch ziemlich viel Rückstoß Er liegt schon von der Tür wie nix Uh Ja, Rache Dennis, bring mich bitte jetzt noch nicht um... Ah, Innocent, Innocent, Innocent Ja Oh mein Gott Oh, Lennart, ohne Spaß, ne? Ein Laster, hey Nix hier mit Rache Ne, ist nicht Rache, das ist einfach, äh, 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 pure Berechnung mein Lieber Ja, sicher Was guckst du so, Daniel? Voll daneben, ne? Voll daneben, ne? Na, Andrey, wie geht's hier? Machst du auch ne Pump Shotgun? Ich werd nicht sagen, aber du hast grad auf mich geschossen, kann das sein? Ich hab extra daneben... ey, ich hab... Kennst du meinen Aim? Ich hab... du hast mir Damage gemacht, Junge Ja, kennst du meinen Aim am Arsch? Ach, Mann! Was war das? Ricardo ist gestorben von Lennart Das hab ich auch gehört, das hab ich auch gehört Das sind Lennart irgendwo hier am Rumsnipern Ah, kennt man nicht immer noch Ah, schon wieder... Das verstecke ich mich jetzt einfach irgendwo Ach, Mann, ey... Ey, bitte... Entferne dich von mir Shit! Alter! Also, Dennis ist es auch Fuck! Hä? Lennart! Was denn? Alter! Ja, Andrey Einmal nicht getroffen, ey, scheiße, ey Alle hier mit Schrotflin Man, ich hätt' jetzt echt ne MG genämen sollen Oh, das passiert, hier ist der Aim aber auch ganz anders als in der CSS Ist Beide waren Traitor Gut, bei Lennart war ich mir auf jeden Fall sicher, dass er Traitor war Ich werde in letzter Zeit total...